Musik Das Tiefdruckgebiet Toni sorgt ab dem späten Donnerstagabend für teils heftige Schneefälle, Sturm und somit auch für Schneeverwehungen. Dabei besteht regional Unwettergefahr. Am späten Donnerstagabend und in der ersten Nachthälfte der Nacht zum Freitag schneit es im Westen Deutschlands bis in tiefe Lagen. In den Hochlagen wie der Eifel und dem Hundrück kann es sogar für unwetterartige Neuschneemengen reichen. Besonders in den Staulagen oberhalb 400 Meter können innerhalb 6 bis 12 Stunden 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee fallen. Zudem ist am gesamten Freitag, besonders in der Westhälfte Deutschlands, verbreitet mit starken bis stürmischen Böen zwischen 50 und 70 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Im Bergland treten aufgrund dessen Sturm, schwere Sturm und in Gipfellagen auch orkanartige Böen auf. Deswegen besteht bei Schneefällen verbreitet die Gefahr von Schneeverwehungen, die im Bergland ab etwa 300 bis 400 Metern Höhe sogar unwetterartig sein können. In der zweiten Nachthälfte der Nacht zum Freitag erreichen die Schneefälle auch die mittleren Landesteile. Auch dort schneit es bis in tiefe Lagen teils kräftig, während im Bergland lokal Unwettergefahr besteht. Im Laufe des Freitagvormittags steigt die Schneefallgrenze im Westen und teilweise auch schon in der Mitte Deutschlands an. Aufgrund dessen gehen die Schneefälle dort in Tiefen, später auch in mittelhohen Lagen unterhalb 400 Meter allmählich in Schneeregen und in Regen über. Dies geschieht im Laufe des Freitagnachmittags dann auch in den östlichen Landesteilen. In den höheren Lagen oberhalb 400 bis 600 Meter gibt es währenddessen weiterhin Neuschneezuwachs aufgrund neuer, schauerartiger Schneefälle. Vögel! In den höheren Lagen